So, auf geht's. Hat alles geklappt? Ja. Seid ihr ready? Ja. Ein Ferdinand ist diesmal auch dabei. Sag was. Hallo. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Schlitten fahren. Nach Oberstdorf. Die Kinder fahren extra. Die großen Kinder. Die großen Kinder, ja. Hallo. Wir sind unterwegs. Wir sind im Auto. Ganz alleine, ganz unbefunden. Weiß nicht, ob man es sieht, aber da irgendwo hier das kleine Silberne Auto. Das ist Ferdinand, Lena und Tim. Tschüss, bis nachher. Wir sind angekommen. Die Kinder haben im Auto nicht gegessen. Jetzt wird noch gegessen. Wo sind wir jetzt angekommen? Parkplatz Geis Alpe. Wir sind nicht die einzigen, die auf die Idee gekommen sind, heute hier mit dem Schlitten zu fahren. So. Wir laufen. Hallo. 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 Was machen wir heute, Lena? Schlitten fahren. Wie lange darf ich fahren? Steht hier immer? Eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden. Ich bin mal gespannt, wie spät. Wir können gucken, ob das auch stimmt. cl Abend. Je guckee immer. Also, es geht jaечение. Ich guckee immer. Ich guckee immer. Ich guckee immer. Es geht nur, wenn du zu klären. You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feelin' Just lovin' this moment Can we stay here forever? Jan auf dem Papa Der lässt da hinten die Trone steigen Just lovin' this moment Can we stay here forever? Forever 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 I watch you as you sleep You don't know I'm lookin' With you everything's complete Do you know how much I love you? Wir haben einmal Schubsnudeln Nein! Keiserschmarrn Und Tee und Kinderpunsch von zuhause Wärmst du dich? Ach so, ich habe einen Kissen Lena friert und hat ein röttes Näschen Lena ist ab sofort Ruder Papa hatte eine leckere Suppe Und hebt gerade meinen Keiserschmarrn Und der schmeckt fantastisch Sehr, sehr lecker Sehr, sehr lecker Sehr, sehr lecker Sehr, sehr lecker Und jetzt gibt's gleich Schubsnudeln Schubsnudeln Für Ferdinand Und Tim Ja, und ich Und Papa Papa auch Schubsnudeln Mhm Oh, sehr, sehr lecker Sehr, sehr lecker Sehr, sehr lecker So, und jetzt wir Längst du? Oh, ich war ja schon Ich rutsche Ich rutsche Ich rutsche Ich rutsche Das rutsche Ich rutsche Ich rutsche Ich bin voll rutsche Ich bin zu weit vorne Ich kann nicht bleiben Nein, ich möchte hinten sitzen. Das geht doch nicht. Ich muss meine Füße hier hoch tun. Du musst lenken, ich kann nicht. Vorsicht. Lass doch. Habe la. Habe la. Aua. Die hat es bei den Kindern geklappt. Die lachen nur. Vorsicht. Weg. Oh, 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 oh. Angst. Au. Wie hat das bei euch geklappt? Naja. Du? Ich bin sogar die, die schneller wollte. Du hast aber gesagt, wir sind zu. Weil du dich lenkst. Sie fahren gerade auf den Abkrank. Oder lenken. Das macht sie gar nichts. Ja, das war gut. Wir sind voll in den Haufen. Wir haben die Kurve gar nicht gekriegt. Ja, ich filme. Ich habe auch unseren Streit drauf. Gut. Ja, Mama kann nicht lenken. Ich habe, ich kann nicht lenken, weil ich kriege meine Füße nicht runter. Sonst fahre ich unten vorne runter. Ja, wir werden vorne auch runter, wenn ich es lenke. So langsam wäre mir das am liebsten. Nicht schneller werden. Ich finde das so, es ist viel chilliger. Nein, da gibt es kein Gas. Ich bin nicht mehr aufgeschliffen. Mensch. Na kurz. buck Feler aus hospital. Musik Wir sind unten angekommen. Schlitten sind halb, wir haben uns auch nichts gebrochen. Und dann packen wir jetzt das Auto. Tschüss! 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 Tschüss!